Bei Bauersuchtfrau zählen André und Julia in Staffel 19 zu den Traumpaaren. Du machst mich wirklich wirklich sehr glücklich, schwärmt die Hofdame in Folge 5 von ihrem Landwirt. Doch einige Zuschauer vermuten ein falsches Spiel der 29-Jährigen. Bauersuchtfrau hat mit Julia und André ein Traumpaar. Bei Bauersuchtfrau knistert es bei einigen Paaren bereits gewaltig. Während Hans, 65, und Elke, 62, bereits verschmolzen sind beim ersten richtigen Kuss der Staffel, wird es bei André, 33, und Julia, 29, wohl nicht mehr lange dauern. Bei den beiden ist der Funke übergesprungen. So sehr, dass sie bereits über Zusammenziehen auf André's Heuboden denken. Die beiden flirten, was das Zeug hält, und verlieren nur schöne Worte über den anderen. Julia hat definitiv das Zeug zur Landwirtin. Und es macht mich stolz, dass ich so eine tolle Frau kennenlernen darf, schwärmt etwa der Milchbauer. Und Julia hat die ersten Schmetterlinge im Bauch. Ich schwärme schon sehr für ihn. Liebes Geständnis in der Hollywood-Schaukel. Macht mich wirklich wirklich sehr glücklich. Die Hofwoche könnte nicht besser laufen. Ja, ich hab hier im ganzen Haus schon Sachen von mir rumliegen. Und das ist ein Zeichen, dass ich mich hier ziemlich wohl fühle, so die 29-jährige Happy. Am Ende von Folge 5, am 4.12. bei RTL, liegt sogar ein Kuss in der Luft, als die technische Projektmanagerin ihrem Landwirt ein großes Kompliment macht. In der Hollywood-Schaukel gestellt sie dem 33-Jährigen, wie sie für ihn fühlt. Ich wollte mich auch nochmal bei dir bedanken. Du gibst dir ja wirklich jeden Tag so viel Mühe. Ich kenne das so gar nicht und mich freut das total. Und du machst mich wirklich wirklich sehr glücklich. Schön zu hören. Glaube, wir verstehen uns, oder? Gibt André recht unsentimental zurück. Im RTL-Interview gesteht er. Ich hab den Moment genutzt und hab ihr einen Schmatzer auf die Wange gegeben. Für die Brünette aus Schleswig-Holstein ein Schritt, der überfällig war, also dass André den ersten Schritt gewagt hat, fand ich toll. Ich glaube, das war auch ein perfekter Moment, und auch so langsam an der Zeit. Von daher hat er in dem Moment einfach alles richtig gemacht. Zuschauer warnen André. Julia meint es nicht ernst. Wie schön, doch die Zuschauer sind bei dem Paar gespalten. Während einige hin und weg von ihnen sind, ich find Julia unglaublich sympathisch Herz. So ein schönes Paar rotes Herz, rotes Herz, rotes Herz. Liebe die beiden Smiley mit Herzen als Augen, sehen andere Julia kritisch, und warnen André bei Instagram sogar vor ihr. Julia meint es nicht ernst. Nervigste Frau ever. Total unnatürlich mit ihrem unechten Lachen. Junge, hol dir ein anderes Mädel zum Hof. Diese hier will nur ins TV. Nicht dich. Das muss André erst mal selbst beurteilen. Wie die Beziehung der beiden nach den Hofwochen weitergegangen ist, erfahren wir im Bauer sucht Frau Finale am 19. Dezember bei RTL. Wie die Beziehung der beiden nach den Hof.